So, jetzt muss es aber klappen. Bitte. Gut. Ja, jetzt läuft es auf jeden Fall gut. Arsch, ich nehme wieder mal den Neandertaler und ich nehme den Porken. Du darfst mich nicht angreifen, ich stehe unter Naturschutz. Ich glaube nicht, dass Porken das interessiert. Außerdem bin ich aus dem Arsch geworden. Das nächste Loch, ich bin richtig braun. Zack. Das war wieder klar, irgendwie. Das Spiel ist so geil, man, die ganze Zeit. Gawdrek Melee spielt, ey, auf Habi. Oh Gott. Oh, hallo, ey, er kommt hier schon wieder rum, wie verrückt. Ich bin noch gar nicht richtig drin. So, jetzt kommen wir mal an. Zap, zap. Cool, ich dachte, er geht weiter Donkey Helicopter. Oh ne, das überlebe ich doch schon wieder gar nicht. Das schaffe ich nicht. Boah, ey. Aber du auch nicht. Boah, ey. Aber du auch nicht. Ey, du auch nicht zu beiden Seiten festhalten kannst, so scheiße. Christy. Das ist man nicht mehr gewohnt, irgendwie. Ey, ey. Er gibt mich schon wieder weg, ey. Hallo, was für ein komisches Match. Donkey ist das ultimative Tier, Junge. Oh Gott, hier. Bestimmt. Du wirst dich mit einer Ultrascholta. Oh. Yeah. Verdammt. Oh, 67 Tonnen, irgendwie der Toastock. Das gibt's nicht. Ja, Primat gewinnt, ne? Jünger. Okay.